Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge war es irgendwie gleichermaßen etwas traurig wie auch. Ja, doch irgendwie schön am Ende noch. Es hat noch einen schönen Beigeschmack gehabt. Und dann hieß es ja, dass wir zurück sollten und dann hoffe ich mal, dass Nima eine neue Quest jetzt für uns hat. Ich habe deinen Kumpel gefunden. Hab ich gesehen. Oko hat sich echt verändert. Die sind jetzt viel energischer. Ich unterbreche das Familientreffen ja nur ungern, aber ich muss zurück ins Grasland. Ich muss mit Tabitha sprechen von Angesicht zu Angesicht. Oh, ich dachte wir bleiben hier. Zumindest für einen Abend. Geht nicht. Wir müssen nach der Lösung der Antaris für das Welken suchen. So langsam glaube ich, dass es keine Möglichkeit gibt. Ach ja, natürlich. Du willst hier nicht weg. Mein Nesthüter. Ich habe das Gefühl, ich bin endlich, wir sind endlich, nicht so wichtig. Vielleicht hast du recht. Wir müssen, wie war das noch, uns an den Plan halten. Genau. Warum geht die da nicht alleine? Das verstehe ich nicht. Okay. Die Turmruine im See, wo du Okub getroffen hast. Dort gibt es ein Radsteinpodest. Wir treffen uns dort. Können wir mit dem auch nochmal sprechen? Von diesem Moment haben wir geträumt. Ja, schade, 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 schade. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wenn die jetzt zurück wollen. Raus aus dem Sumpf. Wenn die jetzt zurück wollen, heißt das aber doch so viel, wie... Dass ich vorher die Quests machen sollte, oder? Wenn das jetzt nämlich hier auch wieder gestoppt wird. Wir gucken jetzt erstmal, was er hier für eine Quest hat. Bist du Grenar, kann ich dich was fragen? Es geht um Kamlo. Kamlo ist stur. Kamlo ist voller Trauer. Den Eindruck habe ich auch, ja. Kamlo möchte Nesthüter werden, aber... Wir haben Kamlo viele Male erklärt, warum die kein Nesthäkchen aus dem Urquell kriecht. Aber Kamlo hört nicht zu. Ava. Es ist Ava, die sich weigert. Es ist Avas Entscheidung. Aber warum? Ich weiß, das Oberhaupt ist etwas stressig, aber... Mensch, du weißt selbst, was in dieser Welt geschieht. Das Welken. Ava erlebt ihren goldenen Herbst. Wir Namen spüren es. Wir alle. Jetzt ist nicht die Zeit für Geburt. Aber Namlo will diese Wahrheit nicht wahrhaben und sehnt sich zu sehr danach. Es tut uns leid. Das ist echt hart. Könntest du Namlo nicht einfach deinen Segen geben für einen allerletzten Versuch? Namlo benötigt nicht wirklich unseren Segen. Wir geben ihn jedes Mal, wenn Kamlo fragt. Also Kamlo. Habe ich jetzt Namlo gesagt? Wenn Kamlo fragt. Aber Kamlo will trotzdem ein Nesthäkchen haben und versucht es jeden Tag erneut. Das geht schon seit Jahren so. Wenn du selbst zum Urquell gehst, wirst du Kamlo dort sogar jetzt finden. Ich werde mit Kamlo sprechen. Viel Glück. Ja, danke. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt da hin? Ne, das ist der Sumpf. Moment. Kinder von Ava ist das wahrscheinlich. Hat mir jemand erklärt. Begib dich zum Urquell. Genau, der ist dann in die Richtung. Okay. Dann kann ich zumindest... Also ich kann immer noch falsch laufen, weil... Ne, weil ich halt ich bin. Ich schaffe alles, was mit Schusseligkeit oder sonst was zu tun hat. Ich glaube rechts rum ist wahrscheinlich der bessere Weg, oder? Das zum einen. Und zum anderen muss ich gestehen, dass ich jetzt gerade mit Migräne aufnehme. Das heißt, ihr wollt nicht wissen, wie ich gerade hier hocke. Mit Kühlakku und allem drum und dran. Achso, hier war das genau. Entsprechend ist die Gefahr noch größer, dass ich mich verlaufe. Kamlo, der Schamane sagte, du wärst vielleicht hier. Grenar ist ein gutes Namen. Die haben Lanlania mit den anderen verlassen. Aber die sind weise. Stark. Hör zu, Oberhaupt. Ich denke nicht, dass das Problem bei euch liegt. Also hat der Schamane es dir gesagt. Ich denke, Grenar könnte recht haben. Es liegt nicht an euch. Es ist Ava. Das Welken macht es unmöglich, neue Nesthäkchen hervorzubringen. Achso, das hat sie gesagt. Und wenn es der Fall ist, seid ihr nicht die einzigen Namen, dem das passiert. Das wissen wir. Wir wissen es schon lange. Aber die Sehnsucht bleibt. Und so kommen wir hierher und lassen uns weiterhin nieder. Warten weiterhin. Das muss hart sein. Wann geht Hoffnung in Akzeptanz über Mensch? Wann wird all das in Ordnung sein? Ich wünschte, ich wüsste es überhaupt. Wir auch. Dazu kann ich tatsächlich nur sagen, da möchte ich jetzt mal ein kleines Beispiel eben anbringen in Bezug auf die Liebe. In dem Moment, wo man mit sich selbst ins Reine kommt, sich auf andere Sachen konzentriert, als diese krampfhaften Versuche, jemanden zu finden, oder in diesem Fall halt diese krampfhaften Versuche, ein Baby zu kriegen, in Anführungszeichen, genau in dem Moment passieren dann nämlich die größten Wunder. Bleib eine Weile bei uns, Victoria Hamilton. Ich komme immer noch nicht über den Namen hinweg, obwohl das ja mein Name ist. Lass uns diese sanfte Stille ein letztes Mal verspüren. Ja, ich dachte jetzt, ich soll wirklich hier bleiben. Aber ich schätze, das heißt immer so viel wie, die Quest ist abgeschlossen. Wir werden uns wiedersehen, ja. Das ist alles so traurig. Wieso geht der jetzt wieder hier rein? Ich hasse das, dass der mal so umspringt. Wir haben hier noch eine andere Quest, die wir theoretisch machen könnten, die hier aber anscheinend gar nicht drin ist. Nee, Moment, die ist von... Hä, weil ich die nicht angenommen habe? Deswegen steht die hier nicht drin. Kann das sein? Die ist... Moment, die ist... Ich laufe in die Richtung. In dem Garten. Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal hierhin teleportiere, es geht ja ein bisschen schneller. Und dann müsste ich quasi... dahin, wo ich noch was verschicken kann. Also dahin. Das ist immer so ein bisschen blöd, weil sich das Teil immer dreht. Moment, Moment. Da muss ich in die Richtung. Die Frage ist, aber ich glaube, da war was zum Runterlassen, oder? Ja, genau. Muss ich in die Richtung? Dann da runter? Nehme ich an? Ui! Das ist übrigens gerade da hinten. Den habe ich aber schon gemacht, oder? Da bin ich doch hingegangen. Das habe ich doch hier umgeworfen. Ähm... Geradeaus. Und da, wo ganz viel ist, muss ich nach links in dem Bereich. Okay. Nein! Achso, doch. Boah, ich dachte, ich komme jetzt hier nicht runter. Okay. Ah! Gut. Oh, nein. Das ist nicht gut. So. So, da muss ich jetzt hier nach links, glaube ich. Weil da ist das Ausrufezeichen. Wir wollen aber eigentlich ein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen. Da hinten ist das Ausrufezeichen. Ähm... Frage ist jetzt nur... Ach, das ist das, wo man da runter geht, glaube ich, ne? Äh... Was ist hier? Ne, da hinten ist das Datort. Doch, da hinten ist das Seil. Genau. Das Datort hatten wir... Ne, Moment. Ach, jetzt bin ich dem Ausrufezeichen hinterher an Laufen. Ach, Mensch. Ich sag doch, ich... Ich schaffe es auf jeden Fall, mich zu verlaufen heute. Ah. Da oben ist auch was, aber... Boah, hat das jetzt gerade geruckelt. Ach, da oben steht jemand. Äh, wo kommen die denn her? Hä, die waren aber vorher noch nicht da, als ich hier in dem Gebiet war. Definitiv. Hey da, was treibt ihr beide? Eppa, schau. Der Mensch ist hier, um bei unserer Party mitzumischen. Juhu. Willste was vom Schumsaftmensch? Er ist aus fermentierten... Ah, ich verzichte, aber danke. Was feiert ihr denn? Das Leben und alles danach. Die Welkeblüte ist hier und bleibt hier. Juhu. Haben die Drogen genommen oder was? Sorgt ihr euch nicht wegen der Bedrohung, die das Welken für euren Planeten darstellt? Bedrohung? Wir wissen nur, es gibt eine Zeit für Sorgen und eine Zeit zum ordentlichen Abtschillen. Und wir selbst und unser Kumpel Eppa, wir wissen, welche Zeit jetzt ist. Jawohl. Und welcher Ort wäre besser, um das Welken zu erleben, als Avers Nasenloch? Okay, die haben wohl keine Drogen genommen, also irgendwie schon, sondern haben gesoffen. Avers Nasenloch, so nennt ihr diese vulkanisch aussehende Formation? Oh, hey, hey, ihr Menschen habt doch immer eins von diesen Dingsbumsen dabei. Du weißt schon, so ein Klick-Klack-Zeitanhalter. Eine Kamera, ja. Mach ein Foto von uns und unserem absolut besten Kumpel hier, ja? Na los. Okay, kann ich machen. Äh, wenn ich die richtige Taste finden würde? So, ich hoffe, ich krache jetzt nicht irgendwo rein. Sehr schönes Foto, gilt aber anscheinend nicht. Moment, mit dem Nasenloch. Drehen die sich um, wenn ich die von der anderen Seite fotografiere? Das geht auch nicht. Ja, was soll ich denn da machen? Soll ich hier hochklettern? Moment. Das kann ich natürlich theoretisch. Praktisch allerdings nicht, weil der mich hier nicht hochlassen will. So, nächster Versuch. Aber da sieht man ja das Nasenloch eigentlich nicht. So. Auch nicht gut. Wollen die mich veräppeln oder was? Oder muss ich da hoch? Das würde auch gehen, ne? Aber dann sieht man, glaube ich, unten das nicht mehr. Moment. Ich schaue mal eben auf der Karte. Ich werde jetzt die Quest erstmal markieren. Dann noch mal ein Bild machen. Was der immer noch nicht annimmt. Soll ich den ganzen Felsen hier irgendwie fotografieren? Das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht so genau. Alter, ich habe gedacht, ich falle da jetzt runter. Nimmt der auch nicht an? Ach nee, sprich mit Ip... Och, nein, oder? Es macht mir ja etwas Sorgen, dass ihr das Welken so gar nicht Ärzte nehmt. Aber ihr scheint euch gut zu amüsieren. Echt? Zeig mal. Ja, schau, hier ist das Foto. Oh, Ava. Liliwa. Wir sind so... einsam. Was? Ihr zwei wart noch vor einer Minute auf einem totalen Höhenflug. Das glücklichste Duo auf der Welt. Wir sind kein Duo. Wir sind ein Trio. Eine Trinität. Ein Triumverat. Okay, hört zu. Ich weiß, dass ihr Namen lange menschliche Worte liebt. Aber erklärt es mir bitte auf normale Art und Weise. Was ist das Problem? Das Problem ist Borek. Und dass Borek nicht hier ist. Wo ist Borek? Beruhige dich. Meinst du die mürrische Wache in Neulanlania? Oh, sowas von mürrisch. Ja. Ja, Borek. Wir wünschten, Borek wäre auch hier. Wir waren alle gemeinsam Nesthäkchen. Wir haben Ava gemeinsam betreten. Wir wollen Ava gemeinsam verlassen. Wollen sie sich hier in den Hut stürzen oder was? Hm. Lass mich das Foto mitnehmen. Ich rede mit Borek. Hm. Aber Borek ist ein Pedant. Wir können Borek niederzubringen, mal abzuschillen. Nie. Wie willst du als Mensch das schaffen? Mit einem gewissen Etwas namens FOMO. Äh, was soll das sein? Ich habe dieses Wort in diesem Zusammenhang schon mal gehört. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, dann gucken wir mal eben. Wir müssen nach Neu... Kommen wir von beiden Seiten aus eigentlich nicht so super dahin, ne? Ich weiß es jetzt nicht, wie wir da am besten hin kommen. Ich würde mal von hier aus versuchen. Ich glaube, da müssen wir in Anführungszeichen nur durchlaufen. Oh, es ist lau, ey. So, Moment. Also. Ich laufe da jetzt quasi in die falsche Richtung. Das heißt, ich muss mich da wieder runterlassen. Ist das richtig? Finde ich auch ein bisschen blöd, dass man da jetzt keinen direkten... äh, direkten Port hat, wo man dann quasi auch sofort hinkommt. Nee, Moment. Das ist aber nicht ganz richtig. Nee, nee. Das geht wieder in die andere Richtung. Ich muss da rum. Hier ist ein Weg. Alter, ist das laut. Ich weiß nicht, wie laut ihr das hört, aber es geht mir voll auf die Ohren, wenn ich dann daran vorbeilaufe hier. Ach, das war das. Ich hatte gedacht, wir müssen da noch irgendwo durch, wo dann halt dieses giftige Zeugs ist. Brauchen wir gar nicht. Können wir direkt wieder hier hin. Perfekt. So, Borekchen. Hey, Borek, erinnerst du dich an mich? Nein, wir erinnern uns an einen einzigen Menschen, nicht an einen einzigen Menschen, dem wir begegnet sind. Da klingelt nichts bei uns. Sarkasmus ist etwas Hässliches. Er ist ein Ausdruck unserer Ungeduld. Was willst du? Sieh dir das an. Erkennst du deine alte Clique? Eppa und Lili war diese Taugenichtse. Sie sollten sich auf die Reise ins Grasland vorbereiten. Nicht Schummsaft trinken bei... Bei... Wo hast du das Foto gemacht? Oh, ein qualmender Hügel. Sie haben ihn Avers Nasenloch genannt. Also haben sie sich erinnert. Als Nesthäkchen gingen wir ständig zu diesem Ort. Es war unser Versteck. Unsere Zuflucht vor Pflichten, Nesthütern, vor allen Sorgen. Klingt idyllisch. Aber damals haben wir ihn nicht Avers Nasenloch genannt, sondern Avers... Äh, bitte verdirb nicht den Moment. Wir haben damals viel gescherzt. Es hat Spaß gemacht. Jedenfalls vermissen sie dich. Vielleicht kannst du ja eine Pause einlegen. Neulan Lania verschwindet nicht. Hm. Naja, eigentlich schon, aber jetzt noch nicht. Meinst du? Hm. Warum nicht? Wir sind es sowieso leid, dieses blöde Tor zu bewachen. Danke, Mensch. Du bist gar nicht so übel. Man sieht sich. Ja, sehr schön. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht so ganz genau, warum die eigentlich überall was bewachen. Weil hier scheint ja irgendwie sowieso jeder auf dem Planeten friedlich zu sein. Also, den Teil habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, so, die zwei Quests, die sind noch im Grasland. Das heißt, die müssen wir definitiv, ups, nicht machen. Ich wollte nicht ganz rausgehen. Die Frage ist jetzt nur, können wir zurück, ohne dass dann wieder dieser Hinweis kommt, dass nicht alles abgeschlossen ist? Weil der Sumpf war ja quasi das erste, wo wir komplett rausgegangen sind. Und da haben die ja auch gesagt, dass man danach nicht mehr zurück kann. Aber, andererseits, die haben jetzt ja eigentlich nur gesagt, ich bohrte da schon mal hin, ähm, eigentlich nur gesagt, dass die wieder zurück wollen, um mit der Tabitha zu sprechen. Achso, das herstellen. Äh, das heißt, mit anderen Worten, die haben nichts davon gesagt. Ja, dass sie quasi die Namen mitnehmen, ne? Und er will porten. Er will nicht irgendwie mit Natur und was weiß ich was. Wie komme ich denn da unten rein? Warte, ist es voll? Okay. Äh, aber trotzdem, wie komme ich da unten rein? Ach, hier ist eine... Sag mir das so einer. Die habe ich so gar nicht gesehen gerade. Es tut mir leid. Hatte ich schon gesagt, dass ich mit Migränen hier sitze. Ich möchte meine Verwirrtheit gerne da raus schließen. Ja, aber... Ich denke, hier ist ein Tor. Also, seid mir nicht böse, aber ich werde jetzt noch mal ganz kurz speichern. Weil nicht, dass jetzt wieder irgendein Scheiß kommt, von wegen, wir kommen nicht mehr zurück oder so. Das wäre dann richtig mies. Ich speichere mal eben kurz ab. So, dann schauen wir mal, ob die uns jetzt einen Hinweis geben. Ja, ja, ich wusste es, ich wusste es. Unentdeckte Sumpfinhalte, permanente Ausrüstung und so weiter. Ah, das ist doch doof. Vor allen Dingen haben wir hier noch so viel, wo wir eigentlich noch die Kreaturen hier sammeln müssten. Ich meine, ja, die 100% werde ich sowieso nicht kriegen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt gar nicht machen. Ich möchte das dann schon für mich privat zumindest so haben, dass ich dann alles, ja, was ich halt noch gefunden habe, was ich noch machen konnte, dass ich das zumindest noch durch habe. Wobei ich mich jetzt nicht daran erinnere, dass wir jetzt tatsächlich so viele Kreaturen hier noch haben. Hm. Ja, dann würde ich sagen, wird das Ganze heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich werde versuchen, mich dann trotz Migräne heute Abend irgendwie noch privat hinzusetzen, die Tiere wenigstens noch einzusammeln, weil ich denke nicht, dass ich das nochmal aufnehmen werde. Das wäre eigentlich nur sinnvoll, wenn man die 100% noch machen kann. Die kann ich jetzt eh nicht mehr machen, wenn ich das Ganze verlasse. Ja, und ich denke mal, es ist für euch auch einfach langweilig, wenn man dann diese ganzen Nebensachen sieht. Dieses wirklich nur hin und her laufen, vielleicht hier und da mal was bewegen und die Tiere dann natürlich zu diesen Kreisen führen. Also es ist ja immer das Gleiche. Und ich gehe mal stark davon aus, dass euch genauso wie mich auch die Geschichte in erster Linie interessiert. Und ja, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, werde ich natürlich auch wieder hier sein. Aber dann werde ich hoffentlich schon das komplette Gebiet vorher hier bestmöglich, sag ich mal, bereinigt haben. Zumal wir ja auch, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, zwei permanente Ausrüstungen fehlen uns noch. Das wäre vielleicht ganz gut. Also wenn ich daran denke, werde ich nebenbei die Kamera laufen lassen, beziehungsweise werde da mal eben zeigen, was ich wo finde. Falls ich noch Statuen finde oder Rauchfässer oder natürlich auch Windspiele, werde ich euch das ebenfalls zeigen. Und ja, wenn das aber jetzt nur so in erster Linie ist, dass ich halt wirklich die Tiere da machen muss, dann machen wir das halt so. Das ist wohl das Beste. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!